Obwohl, du fährst damit vor und du bleibst da ist, ne? Ich hoffe mal, wir sehen die eher als die uns. Ich hoffe, dass da kein Speer dabei ist, sonst wird es wirklich schwierig, die zu töten. Und hier gucken, ob ihr da noch irgendwas seht. Aber bis jetzt sehen wir noch nichts, das ist nicht so schön. Hmm. Aber ich glaube nicht, dass die... Ne, das waren Tunguskas, das war irgendwas anderes. Strelas, irgendwas, keine Ahnung, was das war, aber es waren Fahrzeuge. Ja, ne, das war es nicht. Also die ist nicht da vorgefahren. Hmm. Hm, was ist eigentlich gewann, das Fahrzeug ist noch sicher? Ja. Die sehen ja eigentlich schon, was kommt. Oh toll. Gar ne Panzerregiment. Na gut, es hat ja eigentlich keinen echten Einfluss auf das Spiel, aber... Hmm. Wir versuchen es erstmal mit unseren Spätznas... Ja. D-55. Oh, die sehen uns nicht. Na, jetzt sehen sie uns. Oh, blit. Es ist Krimi hier. Oh mal, Tunguskas zu stören. Na los. Ach Leute, macht er denn? Ha. Na, die sehen uns noch nicht. Ja, jetzt haben wir noch getroffen. Jetzt fliegen die oder was? Vor allem auch noch 6 von 6 kann aber nicht sein. Verstehe ich nicht. Ach so, die kriegen wir gleich Nachschub. Ah, okay. Aber natürlich ist es auch sehr clever von der KI, sich hier einfach zusammenballern zu lassen. Hoffe ich mal, zumindest nicht. Dass wir auch mal Schaden machen. Und was zerstört vor allem. Ja, toll, der hat ja auch so ein Stück weggefahren. Hm, da werden wir was zerstört. Was war denn die Tunguska? Ha. Ich spara jetzt einfach mal auf Risiko. Und hoffe einfach mal, dass wir jetzt... Da dürfte eigentlich nichts sein. Da muss ich jetzt mal... Ja, genau. Sehr schön. Havoc. Ha. Na, sehr schön. Kommt, zerstör was. Mach was kaputt. Lieber die T-55, sondern lieber den T-80. Der ist mir wichtiger. Da, der da. Ja, T-80. Oh, T-80. Oh, meine Güte. 160 Punkte, das ist... Boah. Oh, wir haben ihn zerstört. Hihi. Ich bin ja... Ha. Das ist... Begeisternd. Oh, Leo. Sehr schön. Wir haben richtige Panzer. Boah, ich bin ja... Hin und weg hier. Boah, ist ja cool. Also nicht nur Infanterie, jetzt haben wir auch noch richtige Panzerunterstützung. Ist ja toll. Cool. Also, das ist doch mal was. Yo, also, Leonid bringt uns glaube ich auch nichts. Und da kommt wieder was. BMP-3. Aber jetzt haben wir ja richtige... Achso, BMP-3 haben wir aber da Raketen drauf. Äh, wir müssen irgendwie... Noch mehr? Ne. Zudem können wir einiges an Wunschläuter und Hatterausrüstung bergen. Jetzt haben wir schon mitbekommen. Die müssen wir auf jeden Fall gut beschützen. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Also, am besten nach Svenzu reingehen und dann... Weil er nach Leonid. Wir müssen nach Leonid. Wir müssen hier hin. Wir müssen Punkte einnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Truppen. Das ist zwingend notwendig. Weil ohne... Ich glaube, einen Trupp lasse ich nochmal stehen. Vielleicht wieder da. Weil ohne mehr Truppen wird es ziemlich schwierig, hier irgendwas zu reißen. Vor allem, weil wir dann auch uns überhaupt keine Verluste leisten können. Stehen die da bloß gut rum, oder? Da sind aber mehrere. Das sind mindestens zwei Truppen von BMP-300-6 Fahrzeuge. Vielleicht lassen wir uns auch erstmal... Wir barrikadieren uns mit drei Spätznas in der Stadt. Nehmen noch zwei mit. Ich glaube, sie kommen. Kommen die? Wo sind unsere Sturm? Da. Die sehen uns bestimmt mit dem BADM. Wir machen das nicht. Ja. Ja. Die haben wir erwischt. Allerdings haben wir natürlich ganz schön auf die Nase bekommen. Und der eine... Geh weg, 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 nein! Wir sterben. Okay, dann muss der wieder an. Der Trupp. Die haben wir erwischt. Wie sieht denn das? Los, beschützt eure Kameraden. Wo sind die denn? Da. Da, da, da hinter dem Haus. Genau die da. Ja, sehr schön. Bewegt euch doch mal weg. Oh Gott. Eigentlich kein Problem. Nein, nicht sterben. Verdammt. Geht doch mal in Deckung. Ja, flieh, dann flieh doch mal an die Erstellung von unserem Moral, Mensch. Volltrottel. Hört auf zu fliehen und lasst euch gewährlich zum Barrieren. Krimi. Bleibt der denn stehen oder fliegt der oder was macht der da? Er steht zumindest einigermaßen in Deckung. Na, kommt. Na? Ah. Hat sich nicht gereicht. Hm. Ich hoffe, dass dann auch was ist. Ich hoffe, dass dann auch was ist. Aber wir können ja dann auch Verstärkung rufen. Wer ist es denn noch? Leonid, das ist noch ein Stück. Und da ist freies Feld. Dann nehmen wir unsere Leos mal mit. Was? Stopp. Bitte kriegt wenigstens einen dazu. Komm. Komm. Bitte. Bitte. Äh. Nein, jetzt kommen wir wieder. Glaubt noch mal. Stopp. Wir sind wenigstens zwei wieder. Wir gehen trotzdem mal irgendwo in ein Fahrzeug. Das ist ja nicht anzusehen. Ja, die Sturme sind da. Die Ohr lassen wir das mal da stehen. Da werden wir zwei wieder voll bekommen. Na ja, fast voll. Ihr zwei neue Gruppchen und darüber vorn. Was? Was sind die denn jetzt? Wieso sind jetzt meine Fahrzeuge? Muss man nicht verstehen. Aber gut, wenn sie ihre Munition daran verschwenden. Dann bin ich auch nicht böse drüber. So, aufteilen bitte. Ich betze das. Einer geht bitte da rein. Und dann fahrt ihr mal in den Wald mit. Gut, wir haben jetzt also ein Transportfahrzeug verloren. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Da reinfahren und einfach drin warten. So, da ist ein VWB auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Eigentlich haben die doch keine Luftabwehr, oder? Herr Vork, da kommt was. Jetzt kommen die wahrscheinlich nicht. Oh Gott, die kommen, die kommen. Nein, die kommen, verdammt. Stopp. Wollen die denn hin, verdammt? Die wollen die BMPs... Ah, die wollen die BTA ausrichten. Aber was wollen die denn machen, verdammt? Leos, zurück. Da hin, los. Ihr zieht euch zurück. Nein, wir haben einen Spätz, das tut verloren. Stopp. Havoc. Havoc. Los. Feuer. Krimi. Stimme reden, ich glaube. Und Zug. Ne, nicht zerstört werden. Los, zerstört die BMPs. Los, los. Jetzt ist eure Stöhne los. Die müssen relativ geschockt sein, davon, dass sie jetzt doch etwas mehr drin befinden, als sie wahrscheinlich gedacht haben. Na, 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 kommt. Und jetzt ist eure Befehle, Kommandant. Und jetzt ist er zurück. Ja, genau, macht er schon. Ordentlich. So, jetzt den einen BMP noch zu stören. Los, los, los. Was machst du denn da? Leos! Hallo! Zerstört ihn doch mal bitte. Danke. Geht doch. Das können wir auch zerstören. Okay, wir haben aber jetzt nicht mehr wirklich Eingriffstrupps, also müsste jetzt der Leos das machen. Selbst voller Fette, das ist in Ordnung. Puh, ist es denn da noch schön. Das sind mehr Artillerie, hoffe ich. BRDM. Das zerstören wir erst mal. Nicht die Artillerie zerstören, die kriegen wir vielleicht. Also einfach nur das BADM zu stören, bitte. Haben Sie was für mich? Kriegen wir nämlich die Artillerie? Nee! Nein! Nein, das sind Hitler! Verdammt euch nochmal! Oh Gott, das war es wahrscheinlich schlecht für unseren Havoc. Nee, er ist abgehauen. Oh Gott! Waffe ausschalten, Waffe ausschalten. Ähm... Hm... Nee, egal. Okay, er ist zu teuer, den können wir uns nicht so schnell wieder leisten. Haben Sie was für mich? Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Bereit fürs Verlegen, Kommandant! Nicht die Artillerie zerstören, die kriegen wir ja vielleicht gleich. Irgendwelche Sekunde anziehen oder noch? Nee, natürlich nicht. Da war eine IGLA. Da könnte also da noch irgendwas sein? Anscheinend nicht. Den da... Ach, sehr schön, wir haben eine Basis-Orbot. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das BADM zu stören. Ja, die haben wir bekommen. Das ist schon mal schön. Wie erwartet. Und... Ihr könnt da runter gehen und euch auffüllen. Ihr bleibt da... Nee. Wir werden zu unseren Fahrzeug fahren. Nee, die ist noch da. Ihr... Bewegt euch bitte da rüber. Wir nehmen diesen Punkt jetzt gleich ein. Huuu... Also noch sind wir nicht über den Berg, aber es nähert sich einem aktuell guten Ende. Noch... Ich will es ja nicht beschreien, aber aktuell sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier drüben ist auch nichts weiter. Ja, sehr schön. Da drüben war ein Hubschrauber. Hm... 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 Also ist da noch irgendwas im Wald. Da ist was im Wald. Da ist was im Wald. Da ist was im Busch. Sozusagen. Hm... Ja gut, mal sehen die Spätzchen. Das kriegt das ja hoffentlich hin. Und dann kriegen wir unser... Kommando... Äh Quatsch... Unser Versorgungsfahrzeug... Hoffentlich dann auch wieder. Denn es ist noch ein bisschen was drin. Hm... Wir kommen zum Tocke. Das Trug... Ja Chariton wollen wir eigentlich gar nicht haben. Ja... Ja... Na komm... Findet mal raus was da ist. Ich hoffe nix groß ist. Wir kommen zum Tocke. Nix böse... Irgendwo schießt es. Hm... Ich seh aber eigentlich auch nix. Schießen wir nun was? Hm... Ich seh aber eigentlich auch nix. Schießen wir nun was? Also... Töten wir... Was? Juuu... Sehr schön. Hm... Sehr schön, sehr schön. Stopp. Der Punkt noch mehr? Verdammt! Nein! Wieder in den Wald. Was? Ah... Stopp! 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 Stopp!